Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NaturfieberTV. Nach einer erfolgreichen Jagd und dem Wildtransport im Auto bleibt oft übler Geruch zurück, der sich hartnäckig im Auto hält. Das freut weder den Jäger noch die bessere Hälfte. Wie man das künftig vermeiden kann, zeigen wir euch jetzt. Die Tauchbadfeuerverzinkung auch in den Rohren des Heckwildträgers Gehetech Deep 210 bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz und lässt Rost keine Chance. Zum An- und Abbau wird kein Werkzeug benötigt. Einfach auf der Anhängerkupplung aufsetzen und den Verschlusshebel nach unten drücken. Fertig. Da sich der Verschluss durch eine Schraube ein- und nachstellen lässt, ist ein Kippen oder Verdrehen ausgeschlossen. Der vorher verzinkte Rahmen mit patentiertem abschließbarem Einhandhebelverschluss ist passend für alle Kupplungen. Allerdings muss hier die Stützlast der Anhängerkupplung beachtet werden. Der Wildträger wird gesichert durch einen Sicherungssplint sowie durch das im Lieferumfang enthaltene Vorhängeschloss, welches auch gleichzeitig zur Diebstahlsicherung dient. Als Zusatzservice werden alle Gehetech Wildträger mit dem Schnellverschluss komplett vormontiert geliefert. Der Korb wird aus massivem Schweißgitter angefertigt, was für extreme Stabilität sorgt. Die optional erhältliche Wildwanne ist von professioneller Qualität und kann auch als Autowanne eingesetzt werden. Die Wanne ist hoch UV-beständig, lebensmittelecht, schlag- und bruchfest sowie leicht zu reinigen. Der schlittenförmige Bug und die eingearbeiteten Kufen erleichtern das Ziehen über den Boden. Gesichert wird die Wanne mit Gummispannen. Da die Wanne den kompletten Rahmen umfasst, ist ein Hin- und Herpoltern bei Kurvenfahrten unmöglich. Beim Kauf einer Zweitwanne kann diese als Deckel verwendet werden, da hier ein neu entwickeltes Nut- und Federprinzip zum Einsatz kommt. Auch der Deckel wird mit Gummispannen an Ort und Stelle gehalten. Zwei Trageschlaufen und vier Seildurchzugösen sorgen für guten Tragekomfort. Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine Abdeckplane, die aus Markenplanenstoff in LKW-Qualität besteht und beidseitig mit PVC-Polyestergewebe beschichtet ist. Die Plane ist UV-beständig und von minus 30 bis plus 70 Grad witterungsfest. Das Material weist eine hohe Reißfestigkeit aus. Der Ausschnitt ist verstärkt und im Saum sind Messing-Rundösen integriert. Die im Lieferumfang der Plane enthaltenen Gummispanner werden einfach im Korb eingehängt. Fazit, der Wildträger Made in Germany von Gehetech besticht durch herausragende Qualität, einfache Handhabung sowie der großen Auswahl an Zubehör- und Abmessungsvarianten. So, jetzt kann man wieder entspannt ins Jagdauto einsteigen und jederzeit tief durchatmen. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich drauf. Ciao. Ciao.